Ganz kurz, meine Aufgabe war es, eine Limonade zu machen oder darüber nachzudenken, was für eine Art von Limonade sehr gut zu makers machen passt. Hier habe ich mir gedacht, eigentlich eine relativ leichte Aufgabe, Limonaden habe ich schon diverse gemacht, auch von mir in der Arbeit gibt es eigentlich keine alkoholfreien Drinks, also wir arbeiten ohne Fruchtsäfte, dementsprechend sind eigentlich hausgemachte frische Limonaden immer genau das, was wir machen. Alle Minuten mache ich für die Kiste. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Glücks. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos bei euch machen können.